Das geht. Ich bin Sarah Leila, ich bin am Start vielleicht mit an meinem Video. Obwohl, ich bin jetzt laut, ich bewege mich auch manchmal oder so. So, ich weiß nicht, ob das jetzt laut war. Wir reagieren wieder auf Fresh Talker, auf Peter Pöbelmann. Äh, ja, ich würde sagen, wir beginnen. Mal mich auf euch. Also, Horstmann, heute haben wir nach vielen Jahren endlich mal wieder einen Praktikanten, der sich vorstellt. Oh, nee. Wenn es sein muss, Pöbelmann, wie war, wenn es sein muss? Ich finde, wir sind ein recht gutes Team. Horstmann, mach mal dein Gesicht zu. Die Firma braucht Nachwuchs. Ich glaube, eine dritte Person wird dann nur nervt. Ich kriege das hier auch gleich mit den Nerven, wenn du so weiter dünn fürfrieden bist. Nur meine Meinung, Pöbelmann. Du kannst schon mal die Zinkhuben rausknüppeln. Die müssen wir nachher noch bei Frau Schade in die Badewanne einpacken. Geht los, Chef. Horstmann hat Angst, dass er nicht mehr die Nummer 1 ist bei mir in der Firma. Aber wir brauchen neue Mitarbeiter, sonst wird das Pöbelmann-Imperium irgendwann untergehen. Äh, hallo? Oh, nee. Wer ist das? Raus aus meinem Lager. Was schlägt dir aber gleich 13, du? Äh, ich bin Tobi. Wegen dem Bewerbungsgespräch bin ich hier. Tobi, grüß dich. Ein ganz normaler Tobi kommt rein, sagt Moin sich dem Tobi. Und er abonniert bei Peter Pöbelmann. Ach ja. Guten Tag. Seltsam dich, Tobi. Ich bin Peter. Peter Pöbelmann. Danke, dass ich hier eventuell mein Schülerpraktikum machen darf. Hör mal ganz ruhig mit den jungen Pferden hier. Erstmal kommt das Bewerbungsgespräch. Natürlich. Natürlich. Also Tobi, ich hoffe du hast dich ein bisschen über meine Firma informiert. Ja, ja, hab ich. Äh, 1956 wurde die Firma gegründet. Von wem? Was? Wer hat die Firma gegründet? Oh, ähm. Patrick Pöbelmann, mein Vater. Stimmt, jetzt weiß ich es auch wieder. Stimmt nicht, Paul war sein Name. Bist durchgefahren, kannst wieder in die Schule fahren. Was? Abflug. Aber ich... Hau ab, du. Aber ich interessiere mich total fürs Handwerk, wirklich. Ach ja? Ja, absolut. Wo musst du suchen, wenn die Waschmaschine den Fehler Art 12 anzeigt? Im Gewindekolben. Wahrscheinlich ist der Gniesgnaddel verzahnt. Nicht schlecht. Danke. Nicht schlecht, du. Pöbelmann? Hausmann? Das geht aber nur für die neueren Waschmaschinen. Bei den alteren könnte auch das Zargenfundament kaputt sein. Das stimmt. Ja, schade, Tobi. Aber... Falsche Antwort leider. Kann's gehen. Horstmann, hast du den Zinkhub rausgeknüppelt? Der ist vergnaddelt am Ende. Muss ich mit dem Zahngewinde rauszinken. Ja, Abflug, Horstmann. Das Gewinde verzinkt... Eine Frage. Äh, Horstmann muss ja auch irgendwie mal ein Bewerbungsgespräch dort gehabt haben. Und wie ist es dann abgelaufen? Genauso? Da war grad irgendwas egal, weil da geht's. Ich bin von alleine. Dieser Tobi kann nix. Der hat das technische Grundverständnis einfach nicht. Ich hoffe, Pöbelmann merkt das noch und schickt ihn wieder in die Schule. Also, das mit dem verzahnten Gießknädel hat mich schwer beeindruckt, du. Dankeschön. Aber kannst du das auch in der Praxis umsetzen? Äh, ich denke schon, ja. Kundengespräche und so. Ich kann sehr gut mit Menschen. Ich spiel jetzt mal ne Kundin. Okay. Äh, und ich bin... Tobi. Natürlich, natürlich. Moin Tobi, schön, dass du gekommen bist. Sehr gerne. Fehler. Was? Sag, dass das eigentlich zeitlich nicht drin war. Dass du die Kundin dazwischen geschoben hast. Äh, aber wieso? Das erhöht den Druck auf die Kundin, dass sie am Ende mehr zahlt. Aber... So, weiter im Text. Moin Tobi, ich hab ein Problem mit der Heizung. Die macht so komische Geräusche. Alles klar. Ich schau sie mir mal direkt an, ja? Falsch, machst du nicht. Hä? Den kannst du doch nicht einstellen, Pöbelmann. Horstmann, soll ich dich an dein Bewerbungsgespräch hier erinnern oder was? Nein. Also, zack die Boni. Was war denn falsch daran, dass ich gesagt hab, ich guck mir die Heizung erstmal an? Heizung, die Geräusche macht, ist ein Problem. Muss ich immer sagen. Okay. Also eine Heizung, die Geräusche macht, ist erstmal ein Problem, Frau... Äh, Frau... Pöbelmann. Frau Pöbelmann. Und das wird eine teure Geschichte. Muss direkt hinterherwerfen. Teuer wird das auch, Frau Pöbelmann. Was wird das denn kosten, Herr Tobi? Äh, das kann ich Ihnen erst sagen, wenn ich mir einen Eindruck von der Maschine... Voll. Schlecht bist du, das bist du. Einfach so tun, als ob du rechnest und deine Zahlen nimmst. Äh, mindestens 80 Euro. Mehr. 100 Euro. Mehr. 200 Euro. Mehr. 700 Euro. Oh, 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 oh. Nun geht aber dein jugendlicher Wahnsinn mit dir durch. Zu viel? 699, musst du sagen. Hört sich besser an. Pöbelmann ist bei mir im Dorf schon ein Name. Der steht einfach für Qualität. Ich hoffe einfach, dass ich ihn in der Praxis von meinem Können überzeugen kann. Pöbelmann steht in diesem Dorf für Qualität. Alles klar, Brie. Kommen wir zum letzten Teil. Den Arschtritt, den du kriegst, denn du kannst nichts. Wir sind hier im großen Pöbelmann-Lager. Hier findest du alles. Vom Zankbolzen bis zum Muckenbetschen. Sehr beeindruckend. Wirklich. Finale Aufgabe. Wenn du die erfüllst, hast du ein Praktikum. Okay. Du bringst mir jetzt ein Schnüppelstück. 30 Sekunden Zeit. Ein Schnüppelstück. Schnüppelstück, 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 Abteilung, Schnüppelstück, Abteilung. Scheiße. Hier muss es doch irgendwo sein, sanitäre Ersatzteile. Ich will mal zu, Kleiner. Du drängst dich nicht zwischen Pöbelmann und mir. Ist das klar? Pöbelmann kann sich seine Partner selber aussuchen, okay? 15 Sekunden, ja. Wieso sucht er dann einen neuen Mitarbeiter? Praktikanten. Erst Praktikant, dann Azubi und dann bin ich da und du weg. Nein. Aber holladihodo. Tobi, das Schnüppelstück, Nummer 2, du. Ach ja, Tobi, wo ist denn das Schnüppelstück, hä? Findest du es nicht, hä? Und Feierabend, Horstmann, hol mal ein Bier. Also, da war kein Schnüppelstück. Ich habe überall geguckt. Willst du sagen, ich habe keine Ordnung in meinem System, oder was? Nein, 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 aber es war definitiv nicht da. Du wirst mir das einmal zu bunt hier. Und das, obwohl ich farbenblind bin. Sind Sie? 2002 ist mir ein Gewindebolzen in die Augen geknallt. Geben Sie mir noch eine Chance, Herr Pöbelmann. Wer das Schnüppelstück nicht findet, ist untauglich. Kann's gehen. Tschüss, holladihodo. Scheiße. Gute Entscheidung, Pöbelmann. Mit dem hätten wir nur Ärger. Wirklich schade. Wir brauchen Praktikanten und Azubi. Kann man jetzt nicht ändern, Pöbelmann. Nun knüppel mal den Zinkhuben raus. Frau Schadewerte. Geht los. So, und alle jungen Leute da draußen. Das Handwerk braucht Nachwuchs. Wie viele andere Firmen sucht auch Firma Heinemann, wo wir heute drehen durften. Junge, neue Leute für ihre Firma. Also. Perfekt, Bray. Ich würde gerne an Fresh Tall Girl... Würde ich gerne auf das Bewerbungsgespräch von... Oh, ich hab gerade den Namen vergessen. Horstmann sehen. Ja, Leute. Ich drehe gleich noch mal ein Video, wo... Äh, also... Eine Routine für die Schule. Vielleicht. Ja. Ey, gerade eben meine Freundin und ich wollten was am Samstag rausmachen, haben dann einfach gestern was gemacht. So, und dann sagt sie, ey, ja, wir machen am Sonntag das, was ich machen wollte, weil ich wollte mal eine Sammlung mit ihr mal wieder aufräumen. Sie sagt, ey, nee, ich hab noch so viele Hausaufgaben. Ich sehe schon, komm, gell. Die will, ich schreibe hier morgen, ey, hast du Zeit, Tele, oder was machst du gerade? Sie so, ey, ja, ich bin in der Stadt meiner Freundin. Sehe ich schon kommen. Tja, peace out, Eure Leila-Barmstadt. Peace out, Eure Leila-Barmstadt. Hab euch lieb, außer die Hater. Ich hoffe, ihr verschwindet. Dafür sorge ich. Peace out.